Du willst deine tiefe Hocke mit nur einer Übung sofort verbessern? Dann zeige ich dir jetzt, wie das geht. So, nicht nur glotzen, sondern mitmachen ist angesagt. Lasst uns ein kleines Assessment, einen kleinen Eingangscheck machen. Check mal deine Hocke als erstes. Falls du noch nicht mit Fersen unten hocken kannst, dann erhöhe dir die Fersen. Merk dir, wie weit du sie erhöht hast, dass du nachher dann einen schönen Rehtest hast. Ganz kurz, um in die Hocke reinzukommen, muss der Oberschenkelkopf auch hübsch in der Hüfte verschwinden. Und damit dies funktioniert, brauchst du eine funktionierende Hüftinnenrotation. Und genau daran wollen wir arbeiten. Das wird zu selten bis gar nicht gemacht. Diese Übung kennt fast keiner. Verschaffe dir hiermit also einen Vorteil. So, das Ganze passiert auf Basis des 90-90-Sitzes. Und hier findet auch direkt das nächste Assessment statt. Du kannst mal gucken, wenn vorne dein Knie hochpoppt im 90-90, dann hast du ein Problem mit der Außenrotation. Dann musst du daran arbeiten, was im Übrigen hier auch bei der Übung inklusive ist. Wenn du im 90-90-Sitz drin bist, das Becken nach hinten kippst, also das Gegenteil vom Hohlkreuz machst und dich dann dort hinsetzen willst, also dort auf dem hinteren Bein Last reingeben willst und da klemmst, dann weißt du, dass du in der Außenrotation eine Baustelle hast. Und dann wird diese Übung dir besonders viel bringen. Kommen wir zur Übung. Fangen erstmal an mit nach vorne gekipptem Becken, Hohlkreuz und gehen erstmal kurz in das Szenario, wo wir mehr an der Außenrotation arbeiten. Dafür wollen wir jetzt die Strong & Flex Methode nutzen. Das heißt, wir arbeiten unter Last. Wir dehnen unter Last. Das heißt, es wird nicht nur gedehnt, sondern auch gekräftigt. Lassen uns nach vorne ab. Wichtig ist jetzt, wir machen nicht den Rücken rund. Der Rücken bleibt gerade, sondern wir kippen das Becken nach vorne. Du kannst, wenn du eine gute Kontrolle haben willst, visuell für dich auch die Arme ausstrecken und gehst es hier einmal nach unten. Ansonsten kannst du auch ein bisschen dein Becken kontrollieren, die die Arme auch reinnehmen. Das ist jetzt nicht so entscheidend. So, jetzt hole ich die Kraft aus der Hüfte. Drücke mich wieder rauf. Jetzt, nächster Schritt ist, das Becken wird nach hinten gekippt. Gegenteil vom Hohlkreuz. Wenn du das gemacht hast, rotierst du und dann verbringst du erstmal einige Sekunden in dieser Position und gibst Last rein. Würde ich so 5 bis 10 Sekunden dort bleiben. Wir machen es jetzt ein bisschen fixer. Und dann als nächstes gehen wir hier in die Außenrotation. Machen einmal auf bis ran an die Bewegungsgrenze, ohne dass der Rumpf sich dreht. Er bleibt nach hier ausgerichtet. Ich ziehe einmal hier her. Dann geht es wieder zurück mit dem Bein. Dann geht es zurück mit dem Rumpf. Dann wird das Becken wieder nach vorne gekippt Richtung Hohlkreuzposition. Und dann geht es wieder kontrolliert unter Last hier runter in die Dehnung der Außenseite Po links. Abduktur und Hüftmuskulatur wieder rauf. Ich zeige noch eine Wiederholung. Nächster Schritt, Becken nach hinten kippen. Jetzt hindrehen, Last ins hintere Bein. Die Dehnung nehmen. 5 bis 10 Sekunden. Jetzt wieder in die Außenrotation. Gas geben. Bein zurückholen. Dann erst drehen. Dann das Becken kippen. Dann kommt die nächste Wiederholung. 10 auf dieser Seite. 10 auf der anderen Seite. Dann wirst du einen Erfolg haben. Und dann testest du wieder deine Hocke. Und schreibst mir bitte in die Kommentare, wie sich das für dich anfühlt. Gibst bitte auch ein Däumchen nach oben. Und wenn du das Mobility-Thema endlich angehen willst. Dich eher im Anfängersektor befindest. Dann pinne ich dir hier unser Mobility-Programm für Anfänger an in den Kommentaren. Und verlinke es hier oben auch in der Infokarte. Ich bin wieder raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.